This is your brain on drugs. Hakula, Bande, Reissmuchachos, schönes Wiedersehen auf dem Startseil zu Rainbow Six Siege, ranked auf Consulate, zusammen mit Nugia Barbossa, hello. Peace und herzlich willkommen. Hallo Sie mir, Toyota, ich bin ja Tamagotia. Okay, fast push guys, fast push. Ähm, wen soll ich denn dann nehmen? Wir haben Ying, ich könnte Gridlock oder Capitao nehmen, wobei Capitao, ihr wisst, dass das eher so semi bei mir läuft, aber... Smoke oder Stunconnates? Aber gleich, checken wir mal. Die sollen noch... ähm, boah, Gridlock. Mut, Schadenschuss, wir machen wieder direkt, wir sind Angriff, wir sind Consulate, wir machen direkt unseren Fastplant Spot. Yes, sir. We're going to a Fastplant to the window. Aber man muss dazu sagen, wir sind so langsam Platin 4, Richtung Platin 3. Sollte jetzt so eigentlich langsam die Elo sein, wo man das nicht mehr so easy machen kann. Es könnte jedenfalls... Auf wie Fall haben Sie noch hinten losgehen? Mori, also C4 schon mal drin. Mori, schon mal 1C4. Was ist jetzt rauszufinden, äh, wie viele Operator die haben, die uns irgendwie was entgegensetzen können? In Warden wäre auch wichtig zu wissen. Ja. Merz 4, Jäger. Ich hab nichts aufgedeckt, ne? Ich bin da jetzt. Jetzt bin ich da, aber... Ist keiner da, oder was? Da haben wir... Rook, okay, Rook hab ich da noch im Deck. Aber da war sonst wenig. Also da war kaum was. Hier, Rook und Mozzi ist... Klingt eigentlich erstmal ganz... Ey. Wo? Wo? Wo ist das Fenster? Nein, äh, nein, nein. Echt? Ey, Digga. Okay. Wollen wir es trotzdem machen? Und er hat meinen, er hat unseren Mate gesehen, Alter. Und ich bin dahinter langgelaufen. Äh, ey. Trotzdem, Nugi? Ja. Ja, du, Kiebel ist nicht mega wichtig für die Pombo, ne? Aber ihr habt es nur noch zwei, ja. Wir brauchen auf jeden Fall den Diffuser, ne? Wir brauchen Diffuser, Leute. Girl. Wo ist der Typ? Girl is on fire. Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. This girl is on fire. Das sah mir davor. Du hast den Diffuser. Warum hab ich den? Ich hätte mir den gegeben. Ja, jetzt unten, oder? Ja, wir haben versucht, eine Decke zu bringen. Wo? Hier, da? Spitz ist der Wickel, der geht. Die jucken. Hier so? Die jucken alles tot hier. Soll ich rein, oder das? Würde ich sagen. Hier nochmal kurz, so. Warte, noch nicht, noch nicht machen. Oh. Da wird einmal zu vier kommen, hundertprozentig. Oh. Wow. Ja, meine Tasta an der Maus. Ne, das gab's vergessen. Ja, ey. Okay, bester Angriff ever, ne? Oder? Bester Angriff EU West. Aber ist auch schade, dass zwei direkt gestorben sind. Ja, ja. Deswegen, das... Unlucky. Es hat den Plan versaut. Warte, hier ist einer, Dico. Einmal bitte Bescheid geben. Ob der immer noch da ist? Ja. Hier, ne? Warte, ich will den pingen! Damit ich weiß, da, okay. Nein! Ich dachte, ich bin nicht in dem Winkel da. Ah, alles war so dämlich. Äh. Okay, ja gut. Erste Runde, wollte sagen. Das hat richtig gut funktioniert. Nein, das will nicht. Wir hatten noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir die Runde noch gewinnen, damit wir den Angriff nochmal durchziehen können, aber... Ja, fast plant wird's da wohl heute nicht. Ja, der Anfang war schon für die, für die Katzen, ne? Und dann ist da ja... Gridlock leider auch dahin gegangen, wo ich hinge wollte. Und dann dachte ich, ich krieg diesen Winkel so spitzen, dass man mich da nicht bekommt, aber... Sehr viel Learnings aus dieser Runde geholt. Sehr viel Learnings. Sagen wir mal so. Die werden jetzt nach unten gehen sehr wahrscheinlich. Und ich hab gelernt, dass ich auf jeden Fall hätte auf Gas Station planten können, äh... spawnen sollen. Ja. Ich hab's überlegt. Gas Station, Police Line. Ich geh eigentlich immer Gas Station. Ja komm, wir gehen diesmal mal Police Line. Ja! Naja, war keine so gute Idee. Wusste nicht, dass man da aus dem Fenster geholt werden kann. Ja und... Joa. Aber er hat auch... Also er hat auf meinen Mate geschossen, auf unseren Mate geschossen und ich stand einfach dahinter. War richtig unlucky-timing, ey. Aber Gas Station spawnen wir immer, Digga. Immer. Oft, ja. Gerade wenn wir da angreifen. Aber... Hast du auch ein Learning mitgenommen. Garage? Garage? Mein Learning ist auf jeden Fall auch da. Ich werde Gas Station spawnen und nicht Police Line. Ich werde wieder von hinten angreifen mit Mr. Boot. Ehm... Wir haben keinen... Wir haben Ace dabei. Wir haben eine Asamory. Monti hat EMPs. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann würde ich sagen, ich pushe hinten rein. Und ich stehe erst runter. Ja, geht keiner... Achso. Warte mal, der Ding kommt zu mir, ne? Mh... 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 Kann ich hier irgendwo geholt werden? ... Mh... 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 Ihm... Mh... Mh... Ich kann aber zu euch kommen, warte. Nein, was macht er denn? War das wieder der Ace? Warte, ich kann rüber gehen zu euch, warte. Kannst du brechen bei mir? Ich kann brechen, ja. Ja, also wir könnten es versuchen. Egal, dieser Ace, ne? Boah, das ist... Na ja. Und vor allem gibt es jetzt auch keine Calls. Wo wurde jetzt gekillt? Von wem? So. Yellow schon auf? Ich weiß halt nicht, wo hier was ist, ne? Warte. Schon auf? Ne, ne, ne. Oh ja, dann. Kannst du Scheiße machen? Äh, warte. Ja, ich weiß nicht wo. Kannst du oben? Kannst du unten mal weg? Wat? Warte. Kann ich mit der Drohne mal kurz gucken? Wie komm ich da hin? Ich hab den Defuser. Ja, pass. Und geh zurück. Drück, 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 drück. Jo. Okay, links und rechts. Warte. Er ist nur, der ist schon da. Weiß nicht, ich hab da jetzt auch mal hingesprayt. Nein! Auf A, auf A Warte, ich komm Ich geh hinter Monty Ey, Digga, das kann ehrlich nicht Okay, plan Ey, Digga, das ist so ein Wichs mir ins Gesicht einfach Ich dachte, ich würde sie locker kriegen Okay, ist er zum Glück geplantet Ja Jetzt gibt's ein bisschen Den runtergespielt Der Push war aber auch gut Dass dann von der anderen Seite gut Druck gemacht wurde Das hat aber lang gedauert, aber geht's nicht, Digga Ja, ich wollte eigentlich Oh, oh Ich war so am Überlegen Aber egal Ich bin nur auf Kitchen gegangen, Alter Mit dem Plan, weil ich dachte Nicht, dass ich jetzt auf Garage laufe Und dann da auf Yellow die Asami gerade ankommt Ich hocke mich hinter, will gerade anfangen zu planten Alter, kommt die da von hinten aus den Servern irgendwo her, Alter Ey Schon wild Digga, also So ein Ultrawilder Ram Aber So die Verständigung mit dem Team und so das Teamplay, das funktioniert absolut null mit den Randoms Wir müssen nicht hin dazu sagen, wir auch nicht so viel kommunizieren, aber Ja Aber als Breacher Musst du ja eigentlich schon zum Breach hin, ne Ja Main Breach wär schon ganz geil, ne Ja Aber jetzt haben wir gar keinen, ne Hm, jetzt haben wir nur Wir haben Flöger Weck mal, die gehen wieder nach unten, oder? Ey, Digga, ey Also wie viel Glück kann man in der Runde haben wie ich bitte Ja, wir sind wieder unten This girl is on fire Und wie der Digga, der hört Und kann ich mir den Diffuser nehmen? Ja Hast du den? Jetzt hab ich den Diffuser, ja Okay Wir haben gerade hier oben irgendeine Hedge-Reinforced Das war Lesion, ja Nein, warum ist Ich bin hier gerade drin, Junge Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Diffuser nehmen sollte Ich hab irgendwie kein, kein gutes Händchen heute Doch, nimm ihn Warum spot ich wieder hier drüben, Alter? Na, weil du hinten lang musst Guck mal, hier ist auch noch ein Weg Hier Ja, aber Da Warte mal, hey, doch nicht Da oben ist das Fenster, aber Von dem Fenster war's, ja Das war der vordere Weg Und hier oben C4 lang? Nein, kein C4 Rechte Seite Warte, ich drohne, ich drohne kurz Dead Bandit, links, rechts Bandit Ich mach rechts, ja? Rechts, ja Okay Okay, Bridge ist offen Bandit Der Mira-Fenster Ich weiß nicht, was rechts ist, Deko Kannst du mal drohnen hinterm roten Car? Ja, mach ich Nicht, dass da auf einmal einer chillt Ohne mehr Steht oben drauf Pass auf, Contact Angefragt Soll ich den Diffuser sonst nehmen und vorne blenden? Scheiße Ja, warte Fusion Trap ist kaputt Diffuser hast du Ich geh Warte, ich geb dir noch ein Smoke, Nate Ja, das macht ihr sehr schön Ich weiß nicht, wo die sind Aber hier oben haben wir alles eingenommen Deko, rechts das Loch Pass auf Ja Wo? Aber wo? Auf dem Podest Ich hab geplantet Jo Okay, hast du Safe eigentlich Der Fletch runter Wow, hinter mir Na? Redcar's tot Mit dem Auto hab ich Dann auch Mira Auf dem Pod Vier auf ihn 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 Warte, die Füße Warte, hole ich Loll, Deko Loll Digga, viel zu tief geaimt Oh, die oben, Alter Guck mal, er hört einfach auf Ja, ich dachte, ich hab sie schon, Alter Wir haben hier beide auf die geschossen Juge Alter, schön Alter, ich weiß nicht, was da gerade los war, Alter Irgende, irgende Echte Mauszinger Fingerschwäche oder so, Alter Geh wir auch nach oben? Passen da ein bisschen auf, oder wie ist unser Plan? Können wir machen, ja Ich würde ne Valkyrie mitnehmen Obwohl, ne Cavera wäre auch geil, ne? Aber wir können auch Ja, wir machen lieber Safe, ne? Nur die Cavera Äh Valkyrie Ja Ja Noch mehr Trap Operator Ja, also Trap Operator sind ja Ja, den Cavera könnten wir auch noch nehmen, ne? Trap Operator Ja, ich mach erstmal den Boden auf an der Stelle, ne? Damit die da schon mal keinen Fastback machen können Trap Operator Hier, hier, hier Was kann ich hier noch was zu machen? Hier und hier Nein, lol, das C4 ist weg Geil Was ist weg? Was ist das C4? Ich hab mein C4 hinter der Flagge versteckt Alter, das ist auch sneaky Hab ich noch nie gesehen Okay Dacheldraht Hier Dorn Trap Hier Dacheldraht Was macht der denn hier Was macht der denn hier? Tuberau Wow Was denn? Lol Der Maru war schon hier drin Zum Glück Kill? War es meiner? Ne, war nicht Und Spot? Ja, ne, ne Daneben Achso Oh, hier Oh, Maverick Was macht er da? Ich chill hier mal Alle chillen hier Ja, tuberau Schon mit dem C4 in der Hand Ist ja, oder? Toll Digga, dann verkacke ich da Ich hab mich gerade so entschieden Ne, da kommt bestimmt nichts mehr Äh, mein Server Ist das Server-Stairs? Keine Ahnung Service-Stairs Service-Stairs da Pass auf, Deko Und zu Service-Stairs? Ähm, Austin Austin Ah, okay Digga, der schweißt hier munter weiter Der Maverick Ja, wäre Doch ultra geil gewesen Wo sind die miesen Schakos denn, Alter? Der schweißt munter weiter Find ich auch geil Ja, der muss da weiter sein Dein Handwerk Von wem ist das C4 hier denn, ey? On-Spot? Ja Das ist meins Lol, einfach zwei Stück Lol, jetzt kam der zweite Der letzte ist Maverick da, ne? Ey, das C4 ist voll sneaky Lol Das war ein klein bisschen geprefeiert Aber perfekt auf den Kopf Ja, sehr schön Ich hätte den vorher schon haben können Mit einer Q- und E-Bewegung Ach, ich hab mich gerade gefragt Ich hab da so lange hingegen Da dachte ich mir Ach, der wird da sich eh nicht zeigen Just in dem Moment ist er dann da Und dann so Fuck, Alter Just in dem Moment Ähm, warte mal Wir könnten Bandit nehmen Und wir könnten noch jemanden Mit Kontext nehmen Das heißt, falls Die mit Bandit durchkommen würden Was? Könnten wir Kontext drüber schmeißen Wisst ihr? Wir haben so ein krasses Team Um das zu verhindern Tuberau, Bandit und Kite Ist schon besser Also eigentlich können sie Asami, passt doch Perfekt Du auch Ähm Schmoof Hab ich kontinuiert So, hab ich ja Ja Aber mit der Taktik Kannst du nur Zerstören Wenn die Im Stehen anbringen Wenn Turmite sich hinhockt Zum Anbringen Dann kommt man nicht dran Ah, okay Ja, ja, ja Sind knowledge Sind knowledge Also für euch, ne Falls ihr Falls ihr Turmite seid Und ihr wollt einen Breach aufmachen Wo oben Was frei ist, ja Also nicht die ganze Wand Reinforced ist So wie zum Beispiel Das auch ist bei Äh, bei Theme Park Im Thronsaal Ja, da kann man nämlich hier oben Wenn es Turmite-Ladung dran ist Hier oben eine Contact-Nate dran schmeißen Da geht die Turmite-Ladung kaputt Aber Ihr könnt die Turmite-Ladung einfach im Hocken Anbringen Dann ist sie zu weit unten Und wird von der Contact-Nate Nicht erwischt Hm, alles gut Also ich bin zwar kein Professor Aber Ich glaube, da bin ich auch nicht Ein bisschen knowledge Hab ich zwischendurch auch Könnt ihr da oben noch aufschießen oder so? Oben aufschießen? Ach selber, du faule Sau Ja, Junge, dann hab ich gar keine Modulation mehr Aber ich oder was? Kann das sein, dass die von hinten auch auf sich angreifen sollen, ne? Durch den Ne, das war alles safe Okay, thank you Hatte noch nen Diegel dabei Lol So, bitteschön Acker Thank you for Mach ein Loch Oh girl Humidifier ist ja aufs Server gepinkt Hm Oh Ja Ach so, das ist draußen? Ja, die Hedge ist offen Die Hedge? Die Hedge hier vorne Ja Ich chill erstmal noch Leute Unten Hallo Sind schon unten? Okay, dann bewege ich mich mal langsam Hör ich was? Ey, dieser Stiming-Luck Wollte mich komplett verarschen Danke Sehr schön, ich hör über mir Steps Hier sind Steps Steps above me Steps above me Bei Furztuch Wozu sind sie da dran? Ja, anscheinend Ah, okay, danke Wer kommt in den Spyro Stairs runter? Nein, da waren zwei Leute Liegt nur sechs Piano Room, two guys Ashen Another one Wuuu Woosa Nice, Digger, schön Bei der Hedge Oh mein Gott Oh mein Gott Ich melden Tuarao sieht noch Safe aus Können wir die retten? Achso, der ist schon gerettet Hab ich Bami, mach das Ihr leckt Tu und wickst Tu Null Ja Edge Ich Müsste jetzt eigentlich nur noch entspannen Ich hab hier was gehört Scheiß über uns Alter, geil Geil, Alter Das hier war richtig schön, ey Gut angebracht, alter Hat er gut gemacht, ey Ich glaube, die sind bei Server For real Nice, geil Gute Call Ich hab Kills gemacht Gang, gang Habt ihr gut geschmiert, ey Am Ende Boah, es war schon geil Oh yeah, muchachos Also dafür Dass es am Anfang bei mir so scheiße lief Die Runde mit Monty war der Turnaround Obwohl ich da auch verkackt habe am Ende Sub und Girl Sub hat gegeben Girl hat bekommen A please A please Hallo Hallo Hast du nichts? Ich hab nicht einen einzigen, Alter Ich hab von beiden was bekommen Alter, ich hab auch was bekommen Dankeschön Und wer Fünf Kills, zweiter Platz Richtig hart Die Defense Die letzten Kill gemacht Dies, da Sogar noch den Sub Ich bin nach oben gehofft Hab ihn wiederbelebt, Alter Und er gibt mir keine fucking Belohnung dafür Hast du ein undankbarer, mieser Chaco, Alter Ich hab mein Leben riskiert dabei, Alter Vielleicht hat er euch vertauscht Nein, er hat euch vertauscht Niemals Das ist schon gewollt so, dass ich die bekommen habe Ey, das ist schon echt frech, Alter Dass ich da nach oben sprinte und ihn via belebe, Alter Und er gibt mir keinen Dings hier, der miese Lachsnacken, Alter Platinum 3 In die Kommentare, ob ihr das auch unverschämt frechheitl findet, dass der Typ mich nicht belohnt hat Daumen nach oben geschmettert Beschreibung rauschecken Bis zum nächsten Mal reingehauen, Muchachos Wir sehen uns Bye, bye Bye, ciao Bye, ciao Bye, ciao